Granate! Wow! Treffer! Hahaha! Alter, wie die rumknallen, ne? Radadadadada! Hahaha! Okay. Yeah! Hey, meine lieben Freunde, Crazy Gamer und Crazy Gamerinnen. Was geht bei euch? Crazy Memphis meldet sich wieder zum Dienst. Willkommen zurück zu Battlefield 4 Story Mode, so sieht das aus. Ich habe gerade ziemlich oft die Nüsse bekommen von den Geiern und von diesem Heli, der da steht. Wait a minute. Aber ich glaube, der Heli ist jetzt erledigt. Infolgedessen machen wir uns jetzt mal Schwuppdiwupp nach vorne! Yeah! Ich habe noch eine Granate. Trifft sie irgendwas? No. Hahaha! War das hier überhaupt? War das echt der Heli, der hier... ...so, äh, äh, krass abgegangen ist, oder was? What's this? Ist das der normale Granatwerfer? I think so. Ich habe auf jeden Fall mal ein Gadget bekommen. Ah, da! Da ist ein Gashner! Das ist keiner gewesen, okay. Äh, ich glaube, wir müssen uns langsam beeilen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das Ding geht hier unter, ne? Oh, oh. Oh mein Gott! Wie, die explodieren gar nicht, die Fässer? Oh doch, okay. Aber da ging keiner drauf? No way! Oh, Wasser! Oh, Wasser! Ah, Granate! Oh mein Gott! Okay, wisst ihr was? Jetzt nehmen wir mal unseren... Eins! Ah! Hilfe, Granates! Hier regnet's Granaten! Oh, got it! Kopftreffer! Haha! Sorry, man! Alle Feinde erledigt! Okay, let's do this! Nein! Welches Boot meint der denn? Ach, das! Ich dachte, er meint das Große. Ups! You're free like a bird! Woo! Hey, du darfst wieder nach oben tauchen, bitte. Nice. Uh, wo bin ich jetzt? Am Steuer oder am... Ja, an... Oh, ich bin an der Kanone! Wow, 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 what? Uh! Got it! Got it! Achso, ich muss trotzdem fahren! Achso! Haha! Okay! Ups! Ich dachte, ich bin nur an der Kanone! Hahaha! Äh... Oh, oh! Ich krieg euch Schweine her! Wo ist der andere da? Ach so! tied.... Auf... Oh, shit! Aber ich habe ihn jetzt nicht abgeknallt, ne? Nee, eigentlich nicht! Fuck you all! Achso, ich kann ja mal die linken Sticken reindrücken für Turbo! Komm schon. Gib Kette an, Nette. Woo. Oh, wow, 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 wow. Kommt Elen auf einmal her. Oh, mein Gott. Oh, ho, ho, ho. Jetzt wollen sie uns richtig, wa? Jetzt wollen sie uns. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig fahre, aber ich denke schon. Oh, hier ist noch ein Bötchen. Hello. Good night. Ah, ho, ho. Jetzt müsst ihr erst mal drehen, ne? Richtig. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib Kette. Oh, wir haben noch andere Waffen, lese ich gerade. Haha, ups. Wow, okay, awesome. Aber ich denke mal, das hier ist jetzt die schnellere Methode. Oh, ich muss weiter vorne linken. So. Alright. Äh, wo muss ich hin? Nö, 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 nach rechts. Ups. Ich komme immer weiter weg von diesem scheiß Boot. Okay, komm, jetzt aber. Voller Bucht hinten rein. Oh, yeah. Oh, what? Oh. Oh, oh. Ich glaube, das geht nicht lange gut. Oh, 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 what? Das ging wirklich nicht lange gut. Okay. Äh. Und Soundbuck, yeah. Der muss doch da irgendwo rauskommen, ne, oder? Wo war der denn? Hä, wo ist denn der Heli jetzt hin? What the fuck? What the hell ist das für ein Glitch? No way, Leute. Haha. Okay. Ja, so easy kann es gehen. Das geht ja ab. Naja. Also, mir fallen schon so kleine Fehler auf, obwohl das Spiel schon älter ist, nicht wahr? Aber, oh, was ist denn hier los? Äh, okay. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Nice. Okay, ich möchte jetzt auch mal wieder eine andere. Also, wir nehmen... Oh. Wir nehmen jetzt mal wieder die UMP mit. Hier die Farmers. Die wechseln wir mal wieder zu... Ich glaube, am Anfang kam ich wirklich gut mit der AK aus, oder? Also, bin ich schon der Meinung. Jetzt wollen wir mal schauen. Ohohoi. 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 Äh. Schießt hier gleich. Äh, schießt hier schon. Wirft hier einer gleich wieder wild mit Granaten rum. What? Warum stehst du hier? Oho. Oho. Was? Schrecken der Tiefe? Okay. Fuck you all. Nice. Haben wir jetzt endlich Ruhe hier? Geht doch. Wo ist Garrison? Wir haben seit 10 Minuten nicht von der Brücke gehört. Was sind wir denn Leuten bei Garrison? Wen meinst du? Das chinesische Pferd. Das Schiff ist doch voll zu dir. Wow, 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 wow. Scheiße. Wir müssen zur Brücke. Sofort. Kann man hier hoch? Also, ich meine, beziehungsweise weiter? Oder liegt hier irgendwas? Nö. Ja, ich schaue mich ja nur schnell um. Okay, komm, wir gehen weiter. Hopp. Okay. Scheint alles ruhig zu sein bis jetzt. Oho. Oh my god. Komm, schieß nicht auf uns. Ich will auch ein Heli haben. Wobei, nee, Heli fliegen konnte ich eigentlich nie so gut. In Battlefield. Uuuuh. Verschießt ein Schwarm aus drei Projektilen, die sowohl gegen Luftfahrzeuge als auch gegen leichte Fahrzeuge extrem wirkungsvoll sind. Der Raketenwerfer muss die Zielerfassung aufrechterhalten, bis die Rakete ihr Ziel trifft. Kann lasermarkierte Ziele erfassen, okay. Der normale Stinger, ein Fire and Forget, flugabwehrrakete, die auf kurze Distanz Mobilitätskills gegen die meisten Luftfahrzeuge ermöglicht. Die Stinger-Raketen steuern ihre, äh, ihr Ziel nach dem Abschuss selbstständig an. Joa, dann nehmen wir auf jeden Fall diese. Oh, was gibt's denn hier noch für eines? Das sind wahrscheinlich Standard-Dinger, ne? Ohne Zielerfassung. Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal Panzerfäuste mit für die scheiß Helis. Oh, wow, wow. Hey, kann ich hier nicht hoch? Oder muss ich hier die jetzt abknallen, oder was? What the fuck? Oh, what? Ich stand zu weit hinten, oder was? Oh, nö. Fuck. Sorry. Sorry, guys. Oh, what? Diese scheiß Reling da oben drüber. What the hell? Meine Güte. So viel Schuss verbraucht, ey. Hä, wo ist er denn lang gegangen? Habt ihr... Hä? What? Okay. Na denn. Oh, schon wieder Granaten. Ich fass es nicht. Okay. Okay. Oh, der steht direkt vor mir und ich wundere mich gerade, wo ist der Gegner überhaupt? Ups. Also, heute ist nicht mein Tag, Leute. Sorry, aber... Irgendwie... Ja, war's das jetzt? Haben wir gesichert? Oh, wow, 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 wow. Hello, my friends. My God, warum bin ich jetzt schon wieder mittendrin, statt nur dabei? Das ist ja nervig. Ihr Schweine. Hab mich extra vorgehen lassen, ne? Hello? Hello. Oh. Goodnight, my friend. What? Nur angetaggt? Jetzt konnte ich mich nicht entscheiden. Links, rechts, geradeaus, keine Ahnung. Hier, komm. Ja. Und da ist noch einer. Hello. Kopftreffer. Hey. Party-Ton. Halt, hier war doch irgendwo... Ach, hier. Okay. Wieder aufgeladen, deswegen. Munition aufgeladen. Okay, meine lieben Freunde, wird wieder Zeit für einen kleinen Break. Ich hoffe, der Part hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja nochmal einen Kommentar hinterlassen. Eventuell auch nochmal ein Däumchen. Wäre sehr nice von euch, wenn ihr mich damit ein bisschen unterstützen würdet. Und ja, schön, dass ihr am Start gewesen seid. Ihr seid wie immer die Besten. Ich danke euch dafür. Und wenn ihr Bock habt, melde ich mich zur nächsten Runde zum Dienst. Zu Battlefield 4. Infolge dessen immer schön crazy bleiben. Und bis zum nächsten Mal.